Los, Spritz! Spritz weiter! Spritz den Hammer voll! Ja, ja, sorry, ich war gar nicht abgelenkt! Vom Hammer oder was? Ja, der ist echt der Hammer! Spritz! Ich schieß, ich schieß! Du spritzt! Die haben nicht mal ne Lebensanzeige! Ist das überhaupt legal? Die sind alle weg! Irgendwann sind die weg! Wir dezimieren die! Irgendwann sind die alle tot! Nein, komm, mehr! Ja, komm, schieß! Spritz, ich schieß! Ich hab ne ganze Ladung mal reingeballert! Es ist noch ein Minimum! Ich kann nichts tun! Scheiße! Oha! Ich rutsche! Oh nein! Rutschenlevel! Und es ist nicht Mario 64! Spritz! Spritz auf die Bienen! Nein! Ich spritz! Ne Blockade! Ja, rechten Blockade! Ah, wir müssen drüber schlüpfen! Oh nein, ne Wand! Ich schieß! Ich schieß! Ist dir egal, wie ging's durch! Irgendwie ist... Irgendwie hat's geklappt! Jetzt drauf und scheren! Schere! Voll in die Schere! Nice! So muss das! Na komm, Spritz! Na komm, Spritz! Na komm, Spritz! Na komm, Spritz! Ich kann nicht! Meine Maustaste hat nicht reagiert! Na komm, Spritz! Na komm! Sehr schön! Hier drauf! Okay, das hat nicht geklappt! Spritz! Auf den Bündel! Ich bin voll konzentriert! Das war toll! Du hast es! Na komm, Spritz! Na komm, Spritz! Ich hab's geschafft! Oh, nice! Cool, du hast mich gekept! Ach, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich immer wieder... Das ist ja super dumm gewesen grade. man hört sich mit so einem klappern ja ich weiß da kann ich herzlich wenig für dem geruch nach werden gerade pfannkuchen oder ähnliches gemacht ist ja ist sehr ähnlich das ist ja pfannkuchen schicken dann wird so ist ja kann man mal wenn ich kann jetzt können aber du bist der motor spritzantrieb na komm ich hänge mein ding erst mal richtig schön ins wasser auf geht's in die andere richtung doch wenn ich es lang genug versuch wird es auch gehen was muss ich machen gegner abschießen wahrscheinlich was die waffe ich hab ich kann spritzen ich höre bienen ich sehe aber keine bienen vermutlich sind es die riesigen exklusiven dinger spritz du uns mal voran und ich übernehme die hier komm da wirst du lang ja ich versuche den dingern auch so gut wie möglich auszuweichen die du nicht triffst und das sind einige und das sind einige na komm unter hier was auch schon oh nein ich erinnere mich an das level das ist furchtbar ja vor allem wenn ich schießen muss ich treffe kein einzigen wobei ich manövriere ganz gut durch schieß nach hinten eigentlich haben wir es schon so hier hoch ich kann hier schießen ich habe es aufgeschossen ich sehe was ich treffe es aber nicht sehr schön das war gutes timing nahezu perfekt sie ist weg geflogen es ist ruhig hier modi zu ruhig was ich kann dich nicht hören ich bin der motor gegen die bienen kann ich nichts tun die müsstest du gleich mal voll spritzen nein sie sind ein tornado oha ein bino tornado besser als ein sharknado besser als die filme schnell weg schnell weg ich wusste nicht dass sie zielen wir müssen zum boot ach du scheiße wo ist das boot da hinten nein ich bin drauf und weiter jetzt weg hier weg vom tornado weg von den tornados ich gebe mein bestes nein 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 verdammt es hat das boot nicht erwischt ok alles gut zum boot zum boot zum boot oh nein das ist schon der nächste da kommt der nächste tornado weg 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 alles gut halt uns nur die dinger vom leib ich versuch's oh tornado das boot ist auch irgendwann das boot geht irgendwann kaputt das hat nur eine beschränkte lebensanzahl ja ja die drei leben haben wir am anfang verloren ist das das ziel oder der anfang wo war und wo ich hinschieße ich weiß es nicht mehr ich glaube der anfang ich würde sagen der anfang sieht nach dem anfang aus ich schieße ich fahre jetzt einfach da hin das muss der anfang sein sind wir durch ein tor gekommen ja moment das ist der anfang nein das ist nicht der anfang kannst du irgendwas aufmachen oder das ist der anfang kann ja auch nichts aufmachen nein absolut doch hier da kommen wir zurück da fahren wir glaube ich zurück nein es geht weiter nach unten Wasser fließt nach unten ok was ist jetzt passiert ich weiß es nicht hier geht es weiter auf jeden fall im hart zum anfang wir haben es irgendwie geschafft ich weiß auch nicht wie wir so schnell hingekommen sind ich wollte es nicht glauben dass wir schon da sind so motor jetzt kommen schießt nicht auf die quali diesen wunderschön wunderschön aus dem vergifte ich die schon keine sorge und schießt mir nicht auf den arsch nicht ne sonst fahr ich hier nirgendwo mehr hin dann sind wir jetzt hier hm schön ich schwimme ich kann nicht schwimmen das wasser wird sogar rot wenn du reinspringst hast du gesehen? ja spring du mal rein guck doch guck doch mal ah das ist ja sehr schön schönes Detail ich fahre ich glaub wir sind da sieht fast so aus oh eine Laterne solltest du dich mal reinspritzen wundervoll lass dir Licht sein hätte jemand was hingekritzert Laternen und Dinge die nur im Laternenlicht sichtbar sind ich dachte wir wollten kein C of T-Shirt zu spielen oh ja lol die leuchten uh nein das Wasser wird nämlich nicht mehr rot nein das ist bei der nächsten Laterne das ist bei der nächsten Laterne verdammt ich habe eine Stammfahrt auf die ich bin jetzt hier lass dir ruhig Zeit verdammt sag mal was war das jetzt ist die Qualität zu schwabbelig gewesen und du bist runtergerutscht oder was ja exakt durchaus verständlich ich warte einfach und jetzt hm Glückwunsch du hast die ersten Qualen geschafft ich warte einfach bis die irgendwo andockt tut sie nicht ich glaube die dockt nicht nein doch hier da hätte ich drauf gekonnt ja auf die auf der du schon warst was war das gerade ich bin jetzt hier rübergeglitscht hat er einfach einen Glitch gefunden im Scheißspiel die fand ich sofort ok ok oh Pilze ich glaube die sollten wir nicht essen ansonsten haben wir eine sehr lustige Zeit die sollten wir essen kriegen wir die irgendwie gegessen keine Ahnung aber ich kann drauf stehen hm schade ich finde die sollten wir mal probieren Arschbomben auf Pilze wer wollte das nicht schon immer mal Eichel oh jetzt müsste es nur anfangen zu regnen die Eichhörnchen die ersten Eichhörnchen wow oh die Geschichte der Eichhörnchen in Neonschrift geschrieben ok ich notiere mal eben Eichhörnchen Gott damit kann ich noch was anfangen was ist das hier oh Gott ich befürchte Schlimmes Eichhörnchen mit dem Skelett ist das supposed zu sein wir ähm hier sind die Stifte können wir die aufheben und wird sie nicht oh schade ich würde sie alles voll schmieren schade dass wir die nicht aufheben können einfach mal die Geschichte kaputt machen ne ja hier musst du hier musst du ja ich gucke mir hier die Geschichte an ich habe einen großen Endstein oder wo bist du ich bin eine Laterne ich bin mit meiner Laterne du bist einfach weiter gelaufen du bist einfach weiter gelaufen ich guck mir hier alles an ich bin hier eine Laterne was ich mal der langsame Spieler sein würde hier nice und du oh hier wird es rot können wir mal wertschätzen wie unglaublich schön das hier aussieht ja prinzipiell schon wenn ich nicht sterben würde warum stirbst du immer tja menschen sterben Hilfe was wo bist du hin ich weiß es nicht ich bin tot ich komme hinterher ja hier auf dem Felsen ich komme das ist die nächste Qualle äh ne das sind keine Quallen mehr das sind irgendwelche Gottes Dingens ich ich bin ich okay ah ok das ist ein Gottesstrudel da hoch so ich glaube jetzt hat das Spiel jegliche Logik verloren Militäreichhörnchen ok oder irgendwelche seltsamen definitiv seltsamen Strudel in der Luft ne hier müssen wir uns glaube ich rein äh ok ja zum nächsten nein ja ich spiele weiter ich komme hinterher oh mein Gott was was ein Wal was bist du ein Seelenwal ich glaube das ist ein Wels ein Seelenwels oder sowas was was ist das danke danke was hast du das oh oh kein Splitspeen mehr oh kein Splitspeen mehr das könnte fliegen das sieht wie ein das sieht wie ein Kattfisch das ist tatsächlich ein Wels das ist tatsächlich ein Wels das ist tatsächlich ein Wels also Kattfische sind nicht gefährlich wir haben uns zu essen ein Katzenfisch oh ich bekomme eine gute Fische diese Leute er ist fliegen ich glaube er versucht uns ausfragen nein 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 es ist nur fliegen das ist was die Fische tun nur auf der Seite ich glaube wir sollten runter gehen ich glaube wir sollten runter gehen nein nicht fallen oha das könnten sich schwieriger gestalten nö warum ich dachte du hast Mario Party in deinem Leben schon mal gespielt äh ja Super Mario Party und Mario Party 1 ins Tour das ist wohl grausam oh die war schlecht Mario Party 1 ins Tour war schlecht das neue noch nicht gespielt das neue nicht ne hätte ich mir noch nicht gekauft also das neue alte meine ich ja bisschen schade dass Nintendo jetzt mit den ganzen Remakes und Remastern anfängt und es ist nicht so wirklich es ist halt ja es ist halt relativ wenig es ist halt es ist halt zwei alte Mario Partys es sind halt vier ich glaube vier Bretter sind das nur und danach wird es halt es halt nicht wirklich ja es hat nicht wirklich aber hey ihr zahlt uns 60 bis 80 Euro ja ihr kriegt vier Bretter und vielleicht eine halbe Stunde Spielspaß oh ja dagegen das Spiel 25 Euro 10 Stunden oder so und sehr gut ja du weißt ich bin wirklich hart von fallen du musst ja nicht alles kaufen oh ja danke das war ein bisschen gemein okay was ist hier das mini Spiel äh wir müssen uns hier drauf reingen hey Cody oder nicht oder nicht oh okay einer auf die Seite einer auf die andere äh wohin hier hin bleib da bleib da bleib da nein gut du nimmst die Seite hallo ja das müssen wir machen was tue ich bleib da bleib bleib da was tue ich du gehst jetzt hier an die Kanone und machst Kanone und machst Kanone shooting wenn ich spiel lasst die beweglichen Ziele nicht auf deiner Seite gelangen aha zielen und warf aufladen das kann ja immer schief gehen was was passiert hier und zack ups nein 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 mit Shootern kann ich umgehen nein ich verliere das Ding 5 zu 0 wenn der mal reagieren würde wenn man schießt dann fühle ich hier nicht so hart rein scheißen alter du und rein scheißen du sieben zu fünf vierzig grad ja schön noch wie gewinnt was wie ja was wie ja weil die scheiß nicht reagiert hat das hat einen viel zu langen cooldown das ist super unfair ab einem gewissen Punkt zumindest hallo guten Tag hallo guten Tag ach Mensch auch hier Sachen gibt's 9 und wir können Highscores aufstellen wir können noch mehr natürlich können wir Highscores machen wir müssen es einmal gespielt haben damit wir es freischalten wir können die Midi-Spiele jederzeit wiederholen ok na gut ich spiele weiter kann ich das alleine spielen? wahrscheinlich nicht oder? du kannst hier nichts alleine spielen du kannst hier nichts alleine spielen nein ich spiele jetzt das Spiel ich spiele jetzt das Spiel ich finde ich würde sie drauf schießen ich finde ich würde sie drauf schießen ja ja ha ha ich bin schneller ha ha anu sind wir hier? ich komme auch rüber nein wow wow beeindruckend kann ich irgendwas machen hier oder? oh wir müssen nur beide drauf woher gehen? nur eine Weg raus was passiert? oh Bienen abschießen ich kann nicht wir müssen nur ausweichen ah stimmt ausweichen 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 und nicht runterrollen und irgendwann merken uns die Muster ich glaube die sind random verdammt oh nein bleib am Leben bleib am Leben bleib am Leben ich geb mein Bestes nein ich bin am Leben bleib am Leben bleib am Leben äh was? ok was? was? bleib am Leben bleib am Leben bleib am Leben was ist das? ok ok haben wir es überlebt? nein ja sehr schön und jetzt kommt ein Gegner Matsch alles neu einfach so oh ich kann wieder schießen ja so schieß auch gut gut jetzt kommt die Aufzug-Action nicht mehr von einem Aufzuglevel erwartet Hurra ein Haufen Gegner die einfach nerven oh nein oh oh doch ja ich erinnere mich das ist so gut oh wow oh shit zwei gehen rein zwei gehen rein, einer kommt raus ich weiß nicht, aber sie sehen ziemlich angere ja sie werden sterben die werden sterben oh Mistkäfer das ist gar wios es ist alles bereit für das? ich bin nicht sicher ja das ist zu regressiv na komm ich kann dich drauf schießen wieso das nicht kannst du aber unter ihn schießen du kannst unter ihn schießen wo er grad steht oh ja hier ich breite schon mal alle vor ich bin tot oh nein nein ich bin tot ja der muss nur noch mal irgendwann da stehen bleiben aua und jetzt nein verdammt der ist offensichtlich nicht dort auf dem Punkt stehen geblieben warum schießt du drauf? der bleibt niemals dort stehen, der muss nur drüber laufen du musst hier nur ihn anhalten, jetzt schießt ich habe schon einen Treffer gekriegt ok ich gehe auf den nächsten Punkt, wenn er mich anvisiert na komm und und jetzt daneben nein er muss dich anvisieren verdammt nein na komm ich visiere ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich wollte zu viel und wieder von vorne wir wissen ja wie es läuft und zu dir lol ich stehe auf ihn lenke ihn lenke ihn auf den jetzt jetzt verdammt ich kann ihn jetzt ich konnte ihn jetzt nicht lenken weil er ich bin tot okay zu dir jetzt jetzt nice oh scheiße oh nein verdammt noch geht zu dir moment ich bin außerhalb der reichwärts alles gut jetzt du bist in ihm gespawnt deshalb ist er jetzt verdammt und hopp nein ich bin tot geht nicht zu spät alles deine schuld ja ja oh scheiße was ist das jetzt ist auf mich bin tot jetzt schießt verdammt geht nicht bin tot stirbt doch nicht immer verdammt der mann ist schon wieder tot wenn der auf mich zu rennt verdammt und ja da ist jawohl so muss das das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020